So, wir sind im Walter Crocs, direkt beim Deko-Bomb und jumpen ins Färbelwein. Let's go! Gegengewicht. Okay. Das muss weg. Damit geht's aber nicht weg. Ganz sicher nicht. Damit geht's anscheinend auch nicht weg. Anscheinend geht's gar nicht weg. Okay. Aha. Weiß noch nicht, was ich machen soll, aber interessant. Soll ich das irgendwie... Okay, ich hab eine Idee, aber die ist eigentlich nicht so. Aber es wird funktionieren. Und zwar... Oh. So, zack. Bist du jetzt hoch, oder...? Okay. Zack. Na, wie gesagt... Ich weiß nicht, ob es so war. Wir müssen das ziehen. Dann loslassen. Das reicht mir. Okay. Wie weit sollen wir das ziehen? Komplett hoch? So? Das sieht doch gut aus. Immer noch nicht. Alter. Vielleicht brauchen wir mehr Helmhäbel. Zack. Ja. Ich kann nicht hoch. Crazy. Okay. Okay, dann gehen wir weg. Dann bist du für uns lübslos. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwie so komplett so weit hoch wie möglich. So. So. Mehr geht nicht. Und es muss gerade sein. Ich weiß nicht... Ich glaube, so. Mache ich mehr, wenn ich näher bin? So. Oder ist es besser, wenn es so ist? Und dann ich hintergehe. Ich glaube, so ist besser. Und? Mehr noch nicht. Interessant. Okay, dann probieren wir es mal so diesmal. So, du sollst mich zu mir. Und komplett hoch. Und ab geht's. Immer noch nicht. Alter. Ich das hier. Und den festmache. So. Und dann ziehe. Was passiert dann? Oh ja. Anscheinend war es doch ein wichtiger Bestandteil. Für unsere Quest. Und ich habe schon gedisst gehabt. So. Und erst mal die Truhe. Ich verbinde es einfach so. Eine Sekunde. So. Ah, ich kann nicht hoch. Scheiße. Ich vergesse mal, dass ich da nicht hoch kann. Dann machen wir es anders. Dann gehen wir erst hoch. Und danach verbinden wir es. Dafür müssen wir es aber richtig positionieren. So. Okay, jetzt gehen wir einmal hoch. Durch diesen Ballen. Indem wir es. Und dann nehmen wir es. Ohne uns runter zu schmeißen. Und dann drehen wir uns einmal. Okay. Ist doch gut aus. Oh mein Gott. Ich bin aufgefallen. Scheiße. Scheiße. Gibt es doch gar nicht. Wo ist mein Baum hin? Okay. Noch ein Versuch. Eigentlich war das ja gut gewesen. Wo komme ich schon mal? Das ist schon mal nice. Okay. Anscheinend komme ich doch nicht hoch. So. Vielleicht kann ich die Truja mitnehmen. Ah. Die kann man nicht nehmen. Okay. Noch ein Versuch. Ich wollte tatsächlich... dich hier dran machen. Zack. Damit du auch nicht failst. Genau so. Genau so. Nice. Sehr schönes Ding. So können wir auch wieder zurück. Okay. Was gibt es jetzt? Was gibt es jetzt? Äh. Was? Eine Sekunde. Ah. Idee. So. Okay. Müsst ihr reichen. Okay. Warte, wir müssen das einmal drehen Ah, geht gar nicht, okay Und zack Oh, reicht nicht Das ist zu wild Das ist zu wild die ganze Zeit Was wär's Wenn wir diese dicke, fette Kugel benutzen Anstatt dem Baumstamm Weil die würde ich eher dort sehen Die würde ich eher dort sehen, Leute Zack Lealtiv mittig Oh Ich will dich festhalten Okay Weiter geht nicht Was? Ah Es trifft jetzt wo oder so nicht Ich brauche beides Das Ding muss oben drüber sein Jetzt habe ich es gestanden Guck mal her jetzt Ah, will nicht bestehen werden Guck dir das an Guck dir das an Leck mich doch Komm zurück jetzt So, ist gut Bleib stehen Bleib stehen Okay Ach, ist doch easy So, zack Loslassen Und ab geht's Bam Let's go Gut, dann haben wir das geschafft Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Video, Leute 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 Bis zum nächsten Video, Leute